Hey Leute, ich bin's wieder. Und ein neuer Tag und eine neue Geschichte. Ich hab mich fast weggeschmissen dabei. Aber macht euch selber einen Eindruck. Ich sag nur, entweder Viagra oder Tetanus. Entscheidet selbst. Neulich im Altenheim. Ein 80-jähriger Mann steht auf, zieht sich seine Jacke an und will das Haus verlassen. Da fragt ihn seine Frau, wo gehst du denn hin? Der Mann antwortet, zum Arzt. Fühlst du dich denn krank? Nein, aber ich werde mir jetzt ein paar von diesen neuen Viagra-Pillen verschreiben lassen. Da steht die Frau auch auf und zieht ebenfalls ihren Mantel an. Der Alte fragt sie, ja, wo willst denn du hin? Auch zum Arzt. Wenn du jetzt wieder anfangen willst, dieses alte rostige Ding zu benutzen, werde ich mir vorher Tetanus spritzen lassen.